Hallo Leute, hier ist Samrichs1998. Wir spielen heute V und Super Smash Brawl. Ich bin Snake, Super Smash Brawl. Ich bin Snake und ich weiß nicht, wir haben einfach keinen Zufall gesehen. Ich nehme die Brücke von Elgin. Das ist ein sehr cooles Ding. Wow, ich fühle den Fox. Das heißt, ich nehme die Brücke weg. So, und das ist jetzt, finde ich, ein Special Move und ich habe ihn getroffen. Er hat nur noch einen Weg. Und jetzt bin ich riesig. Riesig. Wie ist denn das? Und ich habe gewonnen. Und wir machen noch ein Spiel. Ich spiele noch mal einen Snake. Den kann ich spielen. Das ist noch gewonnen. Und jetzt nehmen wir die... ...die... 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 ...Dokémon Stadion 2, Leute! Und schaut mal rein unter Fresh Brissi. Wow! ...die... ...d Diskussion 2,0... ...kore, wici, oder 3 that too, naja.... ...d Schmbol 3,5, Meter... ...dspens die'm glopia. Die in zwei Haaren... ...d biomass sie mit Stadion 1,2,5ig... Manga, ich bin voll. Der ist ein bisschen besser. Was habe ich jetzt? Ja, die werden kann ich ja besser. Und das ist der Super Smash, der ist gut. Nur ich bin jetzt tot, ich habe nur noch ein Leben, das ist tot. Das war jetzt Tum-Banaren-Smash-Buzzle. Und jetzt geht es richtig los. Und jetzt bin ich auch wieder in der Karte. Wie viel hat denn da noch? Wie viel hat denn da noch? Wie viel hat denn da noch ein Leben? 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 Wie viel hat denn da noch ein Leben?